Willkommen zu einem sehr ironischen Video und zwar will dieser YouTuber einfach mal Minecraft Badwars retten, weil es durch Fortnite ja zerstört wird, weil es weniger Leute sind und er rettet Minecraft Badwars, indem er Fortnite bringt. Ja, wie er das alles meint oder so, seht ihr jetzt erstmal nach der Gewinnspielauflösung. Und zwar mache ich das ja aktuell so, da viele Leute in DFL wollen, dass ich einfach unter jedem Video mir eine random Person aussuche, also das komplett zufällig mache und zwar mache ich zufällig Add Alex Seox Jr., weil es wollen einfach viele Leute in DFL, ich will die eigentlich privat halten, aber ich mache das einfach so, dass ich random Leute adde, insgesamt 30 Leute annehme, und diese dann für einen Monat drin lasse und dann wieder alle 30 Leute remove und das dann immer aufs Neue. Und so ist man quasi zwei Monate in DFL drin. Was ihr dafür tun müsst, ist halt einfach nur euren Ingame-Namen jetzt hier in die Kommentare, unter eurem schon geschriebenen Kommentar beschreiben oder halt in einem neuen Kommentar, also einfach euren Ingame-Namen in die Kommentare und mit etwas Glück seid ihr dann im nächsten Video ausgelost und ja, in DFL. Wir nehmen jetzt auch erstmal das EP-Kit und es sieht hier irgendwie schon ein bisschen verpackt aus, diese Map. Nein, bitte funktioniere richtig, bitte, bitte, wird nicht direkt von uns teleportiert, oder? Was ist das denn? Gibt es jetzt gerade aktuell neue Maps hier, oder? Okay, Gomez ist gerade leicht verpackt, und zwar sind diese Maps hier einfach komplett voll gebaut. Ja, aber worum es in diesem Video geht, und zwar der YouTuber, der sich ja eigentlich, wie man sagen kann, schon an Betzkes Namen hochgezogen hat, und zwar Betzke FNA, der hat sich ja so ein bisschen an Betzke HD hochgezogen, meines Erachtens hat halt einfach nur diesen Namen ausgenutzt und sich damit hochgezogen. So, das ist einfach komplett nur meine Meinung, ihr könnt eine andere Meinung haben, aber es ist halt wie gesagt einfach meine Meinung, dass er sich daran hochgezogen hat, und wir können hier auch keine Blöcke abbauen, und diese Runde ist ja mal mega verpackt, wir spawnen einfach... keine Ahnung wo. Wir können hier auch nicht sagen, okay, diese Runde ist einfach mal komplett mega verpackt, wir können hier weder Blöcke abbauen oder so, noch sonst irgendwas, weil das schon gesetzte Blöcke sind. Ja, ich werde am Ende aber noch darauf reagieren, auf sein Video, und zwar werde ich so erst in den Browser gehen, werde ich so ein bisschen auf sein Video reagieren, weil er hat nämlich einfach gesagt, er will jetzt einen Fortnite-Kanal machen und hat jetzt einen Zweitkanal. So, diesen Zweitkanal sollte man abonnieren, denn dort kommen Fortnite-Videos, Fortnite-Clips und ähnliches, und er will es dazu den 100k schaffen. Aktuell hat er, glaube ich, 1200 irgendwas Abonnenten. Und er will es dazu den 100k schaffen, und sobald dieser Kanal auf 100k ist, will er damit in die Bad Wars-Szene reingehen, um so die Bad Wars-Szene, sage ich mal, ein bisschen bekannter zu machen, und die Bad Wars-Szene zu retten. Meines Erachtens nach gibt es eigentlich nichts zu retten, ich meine, gerade haben vielleicht ein paar Leute mehr Bock auf Fortnite, aber das wird sich auch widerlegen. Ich glaube nicht, dass nämlich Fortnite ein komplettes Hype-Game ist, aber auch wenn, dann sollen diese Leute doch Fortnite spielen, dann lasst sie doch spielen, was sie wollen. Und diese Aussage, mit Minecraft geht unter oder sowas, finde ich komplett lächerlich, weil jetzt ein paar Leute Fortnite spielen. Meines Erachtens nach ist diese Szene einfach noch komplett existent, und kann auch koexistieren mit Fortnite. Wenn man halt nämlich an einem Tag mehr Bock auf Fortnite hat, dann spielt man halt Fortnite. Diese Leute werden aber auch nicht alle Minecraft quitten. Natürlich gibt es jetzt die ein oder anderen YouTuber, die jetzt erstmal Minecraft quitten und Fortnite spielen, und es wird auch die ein oder anderen YouTuber geben, die auch nicht wieder zu Minecraft zurückkommen. Aber es wird immer wieder neue Leute geben, die in die BW-Szene kommen, und ich meine, es ist der Erachtens nach, stirbt diese Szene nicht aus. Und wir können hier gerade relativ wenig tun, leider ist das Problem, weil der letzte hier eingebaut ist, und es backt wieder ein bisschen rum. Ist halt, wie gesagt, der neue Modi-Aufkommel, kann man auch nicht übernehmen. Es backt halt ein bisschen, aber man kann es eigentlich nicht übernehmen. Es ist halt, er ist komplett neu draußen, es gibt halt noch Bugs oder sowas, aber ich habe auch schon mit einem Depp geredet, und Tests und alles, und sie sind da wirklich die ganze Zeit am Machen, und da kann man das nicht übernehmen, weil die Depps sind da wirklich die ganze Zeit am Machen, und gucken halt jeden Bot-Record durch. Deswegen sollte man auch immer, wenn man einen Bug findet, irgendwie einfach mit Slash-Bug-Report reporten, und ich hoffe, der letzte lief jetzt mal, weil ich will jetzt ungern direkt nochmal eine neue Runde gehen, und dann einfach diese Runde beenden, die ich gewinne, und, aber diese Runde ist halt einfach mega verpackt. Jetzt hätte ich gerne eine EP. Ja, ich hatte das EP-Kit. Aber, was ich aktuell sagen muss, ist, dass ich wirklich einfach mega, mega dankbar bin, für den krassen Support, weil es kommen einfach gerade mega viele neue Leute dazu, und man kann es ja sagen, wie man will, es freut einen einfach mega, und gibt einem einfach mega die Motivation, noch aktiver zu sein, und kann man halt sagen, wie man will, aber es gibt einem halt einfach Motivation, wenn neue Leute dazukommen, und da wirklich direkt noch nette Kommentare kommen, hey, ich feiere deine Videos und sowas, und ja, kann man sagen, was man will, das gibt einem einfach die mega Motivation, und ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir diese Runde irgendwie noch beenden, da die auch jetzt ein bisschen lang geht, werde ich wohl wahrscheinlich nach dieser Runde jetzt direkt zu dem Gameplay-Teil rüber gehen, also nicht zum Gameplay-Teil, sondern zu dem Browser-Teil, und zwar ist dieser YouTuber, wie ich schon genannt, Betzke FNA. Betzke FNA hat gerade ungefähr 7.000 oder 8.000 Abonnenten, und bringt halt eigentlich eher Texture-Pack-Videos. Jetzt will er halt jedoch einen Fortnite-Kanal mit 100.000 Abonnenten aufbauen, um die Battle-Szene so ein bisschen zu erneuern, zu revolutionieren, zu verstärken, und meines Erachtens nach ist es einfach überhaupt nicht nötig, weil, und es wird auch überhaupt nichts bringen, und das zeige ich euch vielleicht nochmal im Browser, warum es einfach überhaupt nichts bringen wird. Und ja, ich hoffe, du siehst diese Kritik dann auch, also nicht Betzke FNA, weil es wird nichts bringen, kann ich dir schon mal im Vorhinein sagen. Und diese Runde ist dann doch beendet. Ist leider noch ein bisschen buggy, deswegen gehe ich noch einmal kurz in eine Stickfight-Runde, bevor wir uns gleich im Browser hier wieder treffen. Wir kriegen jetzt erstmal den hier. Wie gesagt, die Leute auf Gomme sind halt noch nicht die Besten, oder sind nicht die Allerbesten, weil je eher random oder sowas, sage ich mal, spielt jetzt diesen Modi gerade, und da sind halt ziemlich viele, naja, die nicht so gut sind, aber ich kassier gerade selber. Von daher müsste ich eigentlich, dürfte ich eigentlich nichts. Aber, ja, die sind halt alle jetzt nicht wirklich so atemberaubend aus Gomme, also die aktuell, die jetzt hier spielen, weil hier halt gerade jeder diesen neuen Modi spielt, auch wenn ich gerade selber gegen ihn hier mega verkacke, und ja, trotzdem, ich kassier jetzt ein bisschen, oder Gomme leck, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt auch noch kurz dieses hier bis 10 machen, und dann sehen wir uns gleich im Browser wieder. Oh Gott, wieso nehme ich meine Videos eigentlich immer so mega uneingespielt? Auch das sollte ich mal irgendwie, wie wenn ich mich einspiele, dann sollte ich mal eher die Videos aufnehmen, und, ah, ich habe jetzt schon die 10, habe ich gar nicht gemerkt, dann kille ich dich noch einmal, und so, wir sehen uns jetzt im Browser wieder. Aber vor allem sei noch gesagt, er hat diese ganze Thematik in einem Video aufgenommen, wo er das Mrs.DNA 75k-Pack geleakt hat. Ich weiß nicht, ehrliche Meinung, sowas wie Tector-Pack-Leaken ja auch, wenn man das bei einem Abo-Zielen macht, mache ich ja auch gerade das bei Miss 20k-Pack. Habe ich anfangs kritisch gesehen, aber ich finde das eigentlich gar nicht so, dass man dann wirklich so ein Ziel setzt, dass die Community, sage ich mal, mit eingebunden wird, auch wenn es natürlich jetzt um Abos geht, sowas, aber ich finde es trotzdem nicht wirklich schlimm, weil du bindest deine Community mit ein für dieses Pack, und solange du wirklich immer weiter an diesem Pack arbeitest, und dich einfach fertig hast, und dann sagst du, ja, jetzt bei 75k wird es released, ich arbeite jetzt zwar schon seit 4 Wochen nicht mehr dran, sowas finde ich halt ein bisschen unnötig, aber wenn man sich sagt, es ist bei einem Ziel, wenn man steckt viel Arbeit in das Pack, und sich dann, sage ich mal, bei diesem und diesem Ziel wird es dann released, finde ich es eigentlich ganz okay, ist ja genauso wie mit dem WM-20k-Pack, ich arbeite da auch wirklich noch täglich dran, wie zum Beispiel der Himmel oder so, der ist noch gar nicht gemacht, muss ich wirklich noch komplett arbeiten, das hier ist aktuell das WM-20k-Pack, aber hier sind auch noch ein paar Texturen, die ich auf jeden Fall noch verändern muss, und ja, auch noch ein paar viele, aber momentan ist es eigentlich schon relativ gut spielbar, aber es gibt halt wie gesagt ein paar einzelne Texturen, wie das steht, dein Teller oder so, was ich noch bearbeiten muss, aber das ist jetzt so geil, wir gehen jetzt nämlich einfach in den Browser, und dann gucken wir uns das Video von Petzke FNA an, und Leute, ihr wisst nicht, was ich gerade gemerkt habe, ich habe dieses ganze Video gerade tatsächlich in einer Monitoraufnahme aufgenommen, weil ich eben noch das Gewinnspiel gemacht habe, das bedeutet, entweder werde ich jetzt dieses Video ein bisschen runterschneiden, dann sieht es aber komisch aus, aber ich glaube, ich werde es einfach so im Vollbild lassen, weil sonst würde es einfach mega komisch aussehen, wenn ich oben und unten die Ränder abschneiden würde, und dann wäre es einfach gar nicht mehr sichtbar, also ich lasse glaube ich dieses Video einfach so, das ist leider meine Monitoraufnahme, tut mir leid für diesen Fail auf jeden Fall, und ja, wir gehen jetzt doch nicht zur Monitoraufnahme rüber, denn wir haben die ja schon an, und ja, wir sehen uns jetzt im Browser wieder, wenn wir das Video von Petzke FNA erstmal öffnen. Ja, und erstmal an dich Petzke FNA, ich hoffe du bist Ehrenmann und lässt dieses Video hier nicht striken, weil du redest ja in diesem Video auch von Petzke FNA zusammen, dass man diese Szene größer macht, und ich glaube, wenn man einfach random irgendwelche Leute striken lässt, wird das nicht wirklich dazu viel beitragen, also ich hoffe du bist Ehrenmann, lässt das Video nicht striken, sondern ich will so ein bisschen zu dem Thema sagen, warum es überhaupt nichts bringen wird, wenn du irgendeinen Fortnite Kanal auf 100k hochboostest, und den damit in die Badwoss Szene bringen willst, deswegen hört sich schon mal ziemlich verrückt an, aber ich kann euch erstmal sagen, warum das überhaupt nichts bringen wird. Wir werden jetzt etwas vor, wir haben jetzt etwas vor, wo wir Badwoss wieder hypen lassen, ich release zwar das Pack, aber Leute, noch nicht den Download herunterladen, denn es ist wichtig, ich werde den Download halt um 20 Uhr stellen, damit ihr das Video seht, weil das Ding ist, ja wie gesagt, ich finde diese Aktion, dass du das Pack leagst, nicht wirklich gut oder so, klar wird diese Thematik damit so ein bisschen hypen, und es ist natürlich klar, wenn du das Pack leagst, das Video wird viele Aufrufe haben, und damit kann deine Thematik auch besser promoted werden, aber ich finde das allgemein, solche Packs leagst oder sowas relativ unnötig, und es ist doch einfach nur nervig, weil es wird sich ein Ziel gesetzt und sowas, und die Community oder so braucht dann dieses Ziel nicht, sag ich mal, und dann das einfach zu leaken, keine Ahnung, das finde ich einfach unnötig, dann lass die Leute ihr Ding machen, und übrigens, wenn es back, bei 20k, wenn es 20k back ist, ich habe einen Zweitkanal, wo ich das, ja, Griefer Games bringen wollte, aber zur Zeit gar keine Motivation dafür habe, dann habe ich überlegt, okay, zur Zeit ist ja komplett Bad Wars down, und unsere ganzen YouTuber, die BWs bringen, deswegen, weil alles, das finde ich eigentlich gar nicht so, klar sind ein paar Leute gequittet, aber, oder pausiert, aber ich finde, es kommen auch immer wieder neue Bad Wars YouTuber dazu, und klar, man muss sagen, sowas wie Bad Wars YouTuber, ohne die wäre die Szene niemals so groß geworden, und ohne diese Bad Wars YouTuber, würde diese Szene nicht so aktiv sein, das muss man einfach so sagen, weil ich selber, feiere auch, wenn ich irgendwelche Videos von YouTubern gucke oder so, dann hat man manchmal auch Bock dann, vielleicht wieder Bad Wars zu spielen, und die Szene, oder die meisten Szenen existieren wirklich, von einem Großteil auch durch YouTuber. Das ja wegen Fortnite ist, deswegen habe ich die Idee, ich auf meinem Greenfire Games Kanal, Fortnite Montagen bringe, probiere den Kanal ein bisschen aufzubauen, so dass wir den dann mit in die Bad Wars Szene bringen können, also die Leute in die BW-Szene, das können wir gebrauchen, weil wir ja zur Zeit komplett runtergekommen sind, mit der Bad Wars Szene, wir brauchen diese ganzen Leute, deswegen habe ich überlegt, okay, macht mal so, dass ihr bei anderen Fortnite Kanälen, bisschen Werbung für diesen Kanal, das finde ich erstmal so ein bisschen unnötig, also klar, aber, klar, wenn man diesen Kanal promoten in der Hinsicht, aber ich finde es unnötig, irgendwie random unter irgendwelche Kanäle Werbung zu machen und das finde ich einfach nur, sowas muss nichts sein. Und du, du forderst die Leute damit tatsächlich einfach auf, Werbung random unter irgendwelche Videos zu schreiben und ich meine, jeden YouTuber nervt es, wenn er in den Kommentaren einfach nur random irgendwelche Videos sieht, wenn er sich denkt, hey, vielleicht bekomme ich da irgendwelche Resonanz in meinen Kommentaren, wo ich meine Videos besser machen kann und nicht nur irgendwelche Werbungsscheiße, also dass du die Leute wirklich dazu aufforderst, Werbung in random YouTube, bei random YouTubern in den Kommentaren zu machen, finde ich einfach nur unnütz. Und lass, sowas würde ich niemals irgendwie weiter empfehlen. Weil, es erft dich doch auch. Du willst Resonanz für dein Video, wo du dich verbessern kannst, du bekommst dann nur random Werbung von irgendwelchen Leuten. Also nicht Werbung macht, sondern einfach mal euren Freunden oder sonst wen zeigt, dass ich einen Fortnite-Kanal habe, der... Ja klar, den Freund zeigen oder sowas, aber irgendwie Werbung unter Videos machen, finde ich nicht so. Ist übrigens verlinkt, den findet man zur Zeit mit Batsch, nach Griefer Games, wenn man das so in die Google-Suche, beziehungsweise YouTube-Suche sucht, denn es ist wichtig, wenn ihr wollt, dass komplett Bad Boss wieder hyped, dann macht mit. Wenn ihr wollt, dass wieder Bad Boss hyped, macht einfach mit, dann... Das finde ich dieses Ironische. Er sagt, diese Szene stirbt auch größtenteils aus, weil die ganzen YouTuber quitten oder woanders hingehen und diese YouTuber spielen dann teilweise Fortnite, sag ich mal, wie Kicking Conter. Der hat jetzt irgendwie auch pausiert oder aufgehört und bringt später selber privat nur noch Fortnite. Und du sagst damit einfach, dass man diese Szene, weil sie gerade nicht mehr so existent ist und ein bisschen kleiner wird, dass man die durch Fortnite retten sollte, weil sie wird durch Fortnite, sag ich mal, nach deiner Meinung nach ausgelöscht und deswegen sollte man, diese retten, indem man Fortnite bringt, das ergibt für mich eigentlich relativ wenig Sinn. Aber, ja, ich weiß, worauf du nirgst, aber ich sag dir nochmal, warum das einfach kompletter Quatsch ist, sag ich dir gleich am Ende nochmal. Da haben wir die Idee, und auf jeden Fall, und auf jeden Fall, die eine korrekte Sache mit dem Pack und mit dem Bett oder so. Aber ob es daran liegt oder weil du es nicht geschafft hast, weiß ich nicht, aber ich will dir jetzt nichts vorwerfen, aber trotzdem, so ein Bett, so ein Touchdown-Pack liegt, finde ich nicht so okay. Wenn ihr wollt, dass Bad Rose wieder komplett durch die Decke wieder geht, dann müsst ihr mitmachen. Es könnte sein, dass sogar der Kanal auf 100k kommen könnte, wenn mit Glück, aber mit Glück könnte der auf 100k kommen, weil zur Zeit ja bei Fortnite so krass gehypt ist, dann kann man alles schaffen. Und jetzt kann ich euch einmal kurz die Thematik vorführen, warum es überhaupt nichts bringen wird, wenn dieser Kanal auf 100k ist. Dieser Kanal ist, ich muss Ihnen einmal kurz das Video gehen aus dem Kanal, dieser Kanal ist lediglich für Fortnite. Okay, gut. Was wir aber bei diesem Kanal direkt merken, Red Summer Fortnite Montage, Epic Fortnite Montage Myth, oder wie dieser Fortnite-Spieler heißt, Myth, keine Ahnung, Best Kills Epic Fortnite Montage. Wir sehen hier direkt, das ist englischer Content und damit auch internationaler Content. Und was bringt es denn internationalen Content, wenn du auf einmal diesen Kanal pausierst, und die da auf einmal deutsche Minecraft Bad Wars Videos sehen? Natürlich, das mit 100k, sage ich mal, ist sogar gar nicht mal so unvorstellbar, weil es ist ein englischer Kanal, wo es aber nicht auf die Stimme drauf ankommt, wie Montages oder sowas, und das ist auf internationalem Raum. Und natürlich spricht man dort eine viel größere Community an, das ist klar. Aber es wird überhaupt nichts bringen, wenn du dann deutschen Minecraft Bad Wars Content bringst. Es wird überhaupt nichts bringen, wenn du auf einmal alle deine Fortnite-Videos machst, dann werden deine normalen Bad Wars Videos keine Aufwohnung mehr haben und so kommen auch keine neuen Leute in die Szene. Weil, was bringt einem internationaler Fortnite-Content für Minecraft Bad Wars? Ich glaube kaum, dass dort irgendein Russe, der den ganzen Tag Fortnite irgendwie mit seinen, keine Ahnung was, gezockt, dass er dann auf einmal die Szene quitten wird und auf einmal Minecraft Bad Wars spielt. Das ist meines Erachtens doch einfach komplett unüberlegt. Also wenn du dich komplett hier auf internationalen Content festlegst, weil du hast hier auch schon, das hier ist glaube ich ein englischer oder keine Ahnung, französischer YouTuber oder so, und natürlich bei Red Summer, aber deine Videos sind ja alle auf internationalen Content festgelegt, und das wird überhaupt nichts bringen. Ich kenne einen YouTuber, der mit 6K 600 Zuschauer bis 700 Zuschauer in Streams hat. Das ist nichts Besonderes, beziehungsweise nichts mehr Besonderes mit Fortnite, weil Fortnite ja sowieso alles hypen lässt. Also Leute, ihr macht mit, wir machen das alles zusammen, ihr müsst dann die Videos aber auch aktiv schauen, dort werde ich auch so jeden zweiten Tag ein Video bringen, nur zur Zeit wird halt der Kanal gerade der abonniert, deswegen muss ich mich auch beeilen, und ihr macht alle einfach mal mit, wir behalten den Kanal hoch, und mein Hauptkanal mache ich immer noch weiter, so wie immer, also von daher, bleibt einfach mal aktiv, ich werde dann vielleicht auch meine, jetzt den Videos dann einfach damit extra verlinken, damit wir extra noch Videos bekommen, beziehungsweise halt deswegen auch so das mache, damit ich halt die BW-Szene aufbaue, also macht mit. Das ist eine ganz süße Idee, wie er das vorhat, aber ich würde sagen einfach, das bringt überhaupt nichts, das wird vielleicht, wenn drei neue Leute dazu kommen, aber ich sage dir, es bringt doch überhaupt nichts, auf einem internationalen Montage-Fortnite-Kanal nachher Minecraft-Badwars zu bringen, dort wird keiner rübergehen in Badwars, und meines Erachtens nach ist es eh nur so eine Zeit, wo es gehypt ist, wenn Fortnite jetzt nicht extra was macht, sie haben jetzt zwar eine 20 versus 20 Modus rausgehauen, aber meines Erachtens nach wird in sechs Monaten dieser Hype vorbei sein, könnte natürlich auch falsch sein, könnte natürlich das neue Minecraft sein, und so einen neuen Minecraft-Hype auslösen, aber die Leute, die Fortnite spielen, haben noch Spaß darin, und dann lasst denen doch ihren Spaß, die BWs sind, es werden auch wieder neue Leute dazukommen, es werden auch wieder Leute aktiver, und wenn die Leute halt Spaß an der eine Sache haben, dann lass sie doch, und diese Szene wird kleiner, weil die Leute Fortnite spielen, und nicht, weil irgendwelche Leute, die nicht mal in der Wettbeurszene drin sind, nicht mehr Minecraft spielen, das ergibt ja keinen Sinn, dann müsstest du ja allgemein Minecraft irgendwie den Leuten ein bisschen präsentieren, wie schön es doch ist, bla bla bla, hört sich so dumm an, aber was bringt denn ein internationaler Fortnite-Kanal dafür? Und zwar müsst ihr zum Beispiel jetzt mein Video aktiv schauen, und den erstmal reinzappen noch, also abonnieren, und auf jeden Fall Glock aktivieren, und die Videos auch aktiv schauen, beziehungsweise auch ganz anschauen, weil wenn ihr das ganz anschaut, dann können wir wieder Badwurst hypen lassen, weil wir dann in die Startseite kommen, und wenn wir in der Startseite sind, dann wisst ihr, was passiert, und zwar der Kanal hypt dann komplett, weil die Klicks dann unnummern krass reinkommen, und wenn wir das alles zusammen schaffen, dann ist Badwurst wieder zurück. Ist ne coole Idee, aber wird meines Erachtens nach nicht viel bringen. Ja, das war's auch zu der Sache. Das mit dem TP-League, ich glaube nämlich nicht, dass es mit Tim abgesprochen ist, finde ich halt einfach nur ein bisschen unnötig, aber was Tim gerade macht mit dieser Challenge oder so, finde ich auch mega übertrieben, was er da macht mit, ich hab für euch ne mega krasse Challenge, und zwar, wenn ihr es schafft, die nächste Woche lang alle Menübüse komplett durchzugucken, dann und sowas finde ich ein bisschen unnötig, also das ist, ähm, ja, also das mit dem TP und der Facecam finde ich alles gut, und dass er wirklich auch sein Ziel hat zur Gamescom, die 100k zu haben, finde ich auch alles okay, aber dieses mit der Challenge oder sowas, finde ich ja komplett, keine Ahnung, das ist, das ist echt wirklich komplett übertrieben. Aber ja, das war's auf jeden Fall so zu dem Video, ich würde sagen, dieses Video von Batsky FN abbringt meines Erachtens nach einfach überhaupt nichts, und, ja, das ist einfach nur meine Meinung, ich glaube nicht, dass es irgendwas bringen wird, lassen Leute Fortnite spielen, werden die meisten wieder zurückkommen, ich glaube nicht, dass es der Hype so ewig existent ist, aber ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, und nächstes Mal rede ich nicht so schnell, sorry, ciao! Ciao!